Hi! Ja, Leute, heute bin ich übelst aufgeregt. Wartet mal, seht ihr mich richtig. Das ist mein erstes Video zu einem Tauschpaket, nämlich mit der lieben Ina von Inas Art. Zu Ina verlinke ich euch alles in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei Ina mal vorbei, ist eine ganz süße. Und ja, wir haben mal ein Tauschpaket gemacht und ich zeige es euch mal. Ihr ist es. Tada! Das ist übelst schwer. Oh Gott. Ja, und ich bin bewaffnet mit einer Schere und werde jetzt erst mal hier unten versuchen, das Paket erst mal aufzumachen. Na? Kleinen Moment. So. Ich zitter. Ja. Ich habe ja diesen Monat Geburtstag und das fühlt sich irgendwie gerade an wie Geburtstag. Hab ich das jetzt hier ruhig gemacht? Ich will nichts zerstören. Ich habe es gleich, denke ich. Sehr gut verpackt. So, Moment. Das habe ich. Ja. Und jetzt noch hier drüben. Ich habe meins auch ziehen. Also, ich denke mal, da hat Ina auch ein bisschen zu tun, bis es auf hat. So, jetzt mache ich es mal, wenn es klappt. Moment, Moment. Ne, hier muss ich auch noch. So, guck, guck. Und E. Also, Ina, das ist ja bomben, bombenfest. Ich muss jetzt mal überlegen. Ach, hier. Jetzt habe ich es gleich. Jetzt habe ich es gleich. So, da noch. Jetzt muss es aufgehen. Tada. So. Ein bisschen Papier. Sehr hübsch. Damit nichts kaputt geht. Und, ja. Und, ja. Aber Ina hier. Da haben wir hier so, wie heißt das Zeig? Ne, hier so zum... Ihr wisst schon, was ich meine? Ja. So. Ein kleines Kärtchen. Da schaue ich mal rein. Ach, niedlich. Guck mal. Kleine Monster. Juhu. Süße Karte. Jetzt rennt mein Kater hier schon auf den Tisch rum. Der ist auch nulgierig. So. Ich tue mal schnell die kleinen Dinger hier raus. Blub, blub, blub. So. Und ich entdecke hier schon mal eine Duftkerze mit Thymian und Apfel. Dieses schöne Stückchen. Ja. Werde ich dann später mal reinschnuppern, ne? Duftkerzen sind immer was Tolles. Kann man nie genug haben. Dankeschön. Dann haben wir... Ach, was hat sie denn hier? Ah. Badeperlen mit Orange und Vanille. Plus Goldschimmer. Wow. Da kann ich ja ein bisschen rumglitzern. Ich mag ja Glitzer. Unheimlich gern. Auch an mir selber. Ja. Schön. Schön. Dann hat sie hier mir geschickt ein bisschen Tee und da steht drauf Meine Lieblinge. Ja. Ja. Karoliner Tee. Was haben wir hier? Sahne, Karamell. Ja, Inna, da werde ich mich mal durch deine Lieblinge durchtesten. Definitiv. Ja. Danke. So, mein Katerchen sitzt schon mal so halb im Karton. Ja. Ist ja... Wer auch wissen, was da hier so eingetrudelt ist. Oh, Schoki. Hier. Mmh. Tiki-Taki. Schön. Ja, Nervenfutter. Nervenfutter ist immer gut. Schokolade. Ah. Aha. Schön. Schön. Kann ich schön naschen abends. Schön vom Fernseher. Toll. Oh, was steht hier polnische Spezialitäten? Das ist ja genial. Schön. Klasse. So, wo mache ich weiter? Oh, was habe ich denn hier noch alles? Pflegebäder. Ich habe noch mehr Pflegebäder. Hier. Zeit für dich und verwöhnen. Da muss ich gleich mal sagen, ich gehe übelst gern in der kalten Jahreszeit in die Wanne. So, im Sommer durch ein Jahr wunderbar und im Winter ja auch so ein schönes Schaumbad und wenn es draußen schneit und man sieht, wenn es schneit, so die Flocken fallen und man kann ein schönes bisschen in der Wanne rumplanschen, da werde ich die definitiv nehmen. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Gleich was Schönes zum Baden. Fein. Was haben wir denn hier? Einen Badestick. Duftrose. Einen Badestick. Das habe ich auch noch nie gesehen. Kenne ich gar nicht Badestick. Ich kenne nur noch Badebomben. Cool. Ein Badestick. Den probiere ich natürlich auch aus. Ina, ich werde dir berichten, wie mein Plansch-Erlebnis war. Ja. So. Jetzt haben wir hier. Oh Gott, was ist denn das jetzt alles? Nee. Ina. Also, drei Bücher, ne? Es sind drei. Ja, ich denke, es gibt. Ja, es sind drei. Was fürs Auge steht hier drauf? Was fürs Auge? Jetzt bin ich gespannt. Ich rupsel das jetzt mal auf. Nee. Warte mal. Eins nach dem anderen. Erstmal die Schleife lösen. Die Schleife. Jetzt behindern mich wieder meine künstlichen Nägel, ne? Ich habe es gleich, ich habe es gleich. So. Schaue ich mal. Jetzt tue ich es aufrupseln. Ich liebe Washi-Tag. Da gibt es so tolle verschiedene Muster. Ich habe hier von Hillary Jordan die Geächteten. Boah, guck dich mal das Cover an. Das ist ja geil, wollte ich jetzt sagen. Ja. Ist ja der Hammer. Ein Thriller. Ein Thriller. Ein Dystopie-Thriller. Ina. Ich wäre verrückt. Echt krass. Echt krass. Kenne ich gar nicht. Echt krass. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Wow. Wow. Dann habe ich hier ein Päckchen. Da steht drauf, Bling Bling. Blingeling. Okay. Jetzt werde ich die Schleife aufmachen. Bling Bling. Oh, was ist das denn? Ein Magnet-Lesezeichen. Och, süß. Guckt mal, mit einer kleinen Eule. So ein Lesezeichen habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ist jetzt mein erstes. Dankeschön. Ich habe es auch so ein bisschen mit Eulen, muss ich auch dazu sagen. Die sind gerade irgendwie so unmodisch. Ich komme da irgendwie auch nicht drum rum. Wenn da irgendwo eine Eule drauf ist. Süß. Schau ich mal. Buch. Ganz fein verpackt. Ich mache hier mit so Knitschi-Knitschi-Folie. Och, das kenne ich schon nie. Von Kat Chang. Twin Souls. Die Verbotene. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. Noch nie gesehen? Oh, schönes Kamo. Also Ina, ich hoffe so, dass du bei meinem Tauschpaket, dass du noch eins von den Büchern hast. So, ja. Sehr schön. Ja, danke fein. Also ich denke, ich werde euch definitiv dann später in dem Video dann noch mehr über die Bücher berichten. So, hier steht drauf, rote Lippen soll man küssen. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Das Schleifchen braucht man. So. Ich fühle mich, als ich jetzt Schellchen gebuckt habe. Das ist wirklich schön. Ah, jetzt noch ein Kleber. Ah. Lynn Raven, Seelenkuss. Das Buch habe ich schon mal gesehen. Ich habe es aber nicht. Also jetzt. Toll. Seelenkuss. Oh, schön. Ach, Ina. Ich würde ja jetzt mal hier durch die Kamera springen und dich ganz doll drücken. Echt. Total herrlich. Danke. Danke, danke, danke. Hier steht drauf, haarig. Jetzt wird es haarig. Mhm. Mal sehen, was sich darin verbirgt. Äh. Moment, Moment. Ich habe es, gleich. So. Das ist ja mal, wir haben ja gesagt, drei, drei Bücher. Oh, nee. Oh, meine Gute. Oh, meine Gute. Dieses Buch besitze ich. Das macht nichts. Ich nehme ich von Sophie Laguna. Ja. Ich bin von Sophie Laguna. Ich bin von Sophie Laguna. Ja. Das habe ich gelesen. Und dieses Buch ist auch ehrlich gesagt nichts für schwache Nerven. Weil, was die Protagonistin des Buches erlebt, ja, also, das hat es schon in sich, das Buch. Kann ich echt sagen. Und wer da, ähm, ich will jetzt nicht sagen, schwache Nerven hat oder so, da, ja, ist schon krass, das Buch. Ina, ich danke dir. Echt wunderschön. Heute Abend kann ich Schokolade naschen, im Winter kann ich baden gehen. Ich werde mich durch deine Lieblings-Tee suchen, durchtrinken. Ich habe ein neues Lesezeichen, auch süß. Und ja, die Bücher, bis auf eins, das macht nichts, das macht überhaupt nichts. Ich freue mich so sehr und, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, mein Paket gefällt ihr auch. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, ihr Süßen, das war unsere Tauschaktion zwischen mir und, äh, Ina. Wie gesagt, ich verlinke euch in der Infobox ihren Kanal. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es wird sich lohnen, sage ich euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Allen eine schöne Zeit. Ciao.